Ab heute gilt ein neues EU-Gesetz. Es dürfen offiziell Hausgrillen in Lebensmitteln verwendet werden, entweder gefroren, getrocknet oder in Pulverform. Ab Donnerstag gilt das dann auch für Larven des Getreideschimmelkäfers. Sie machen unsere Nahrungsmittel aus Menschenfleisch. Es dauert nicht lange und Sie werden Menschen züchten zur Ernährung. Seinen grün ist Menschenfleisch! Worüber lachst du eigentlich? Und be happy! Eat the bugs! Eat the bugs!